okay wer geht zu mir aus ich bin immer wieder auf dem Ort und Schichter oder wenn ich mir zum Programm aufs Verbruchte es braucht doch niemand er ich bin auch drin aber wo bist du also genau reingegangen welches Schild er ist bei PPP-Borg das heißt es ist das Schild dazu er ja mal schauen ob ich das hier finde nein nicht grad irgendwie nicht ich geh mal warte nein warte ich guck ich glaub ich find das noch ähm ah hab's 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 ich machen ich bin schon da okay bin da ja hier kann man aber auch anders drehen hier war ich schon mal ok hier ist aber cool ok stimmt ja wir können uns schlagen ich hab ein Steinschwert ich nicht und ich hab nur ich hab nur eins also ich kann dir keins geben ich kann dir später gegeben von seinem Bild nö ich hab zwei davon und die sind noch beide komplett ganz genau wie die Äxte Resistenz noch eine Sekunde und weg ist sie jetzt ist schlagen an ich will mal probieren ok ok geht nicht hier ist Lava kannst du mich reinschubben yay hupf dürfte rausgegangen sein oder warte mal hier ist ein Loch im Boden ab geht's lol ich hab was gefunden kommt zu mir warte ich muss ich hab grad aus Versehen geschlossen wenn du wieder da bist komm zu mir mal ich übe was cooles glaub ich zumindest ich geh ost rein wenn du kommst ich bin so bin da er kommt hier warte warte wo ich nur noch mal vertreten weglegen ja stimmt hier weglegen und da können wir wirklich nur wir dran in die Truhe und da wird nur unterzeichnet drin er hat er schon was reingelegt n das ist die Endotur da kann von jeder zugreifen jeder kann da reingucken aber kann ich sein verkaufen also da wird hier ist ja jetzt schon so drückt zeigte na alle wir es kommen schon neiletwegen ja ok das ist ja auch was rein von mir ich nehme ein paar Sachen mit ich doppelt hab die Bräuche dann nicht doppelt guter nicht dass er noch ein das ist ja draußen ich mache ein das ganze Zeug für die Geld bezahlt sich auch ein ich nehme mal komm jetzt mal da war ich ein Apfel mitnehmen gut 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 den Restbald ich ich bin mir ich bin mir wo bist du hier hinten über den Rang da ja warte ähm so hier ja genau warte ich komme hier ist ein Loch im Wasser es kommt ist da kommen wir hingehen ja 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 in der Mitte des Wassers sind auch immer rein Prozent mal Prozent der Hochsträger hoch dann wird es durchscht Prozent da ließen ich weiß nicht mehr Prozent die Verhältnisse Leitert ich habe den Begriff der Welt der Städter da und trotzdem muss nebenbei getötet ich bin überwiedert um nicht hin die wenig aber ich habe gedacht was ich schon bei mir aber kann jetzt dass keiner uns gehen hier um Warte gut ich glaube die Schäfte da war wenn er wird ihr habt ihr könnt werden na gut gut warte ja mein Name ist so ganz geheimlich in die Ecke nein, 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 kann es behalten, brauche ich nicht hm warte warte, ich werfe sie wieder zu bitte du hast eine Schaufel hab ich alles doppelt ja, ich auch äh, kein Spiel verlassen oder rausporten beziehungsweise andere Porten ups, ja, ich bring ihn um nicht keine Tränke, keine OP Äpfel keine Flamen, wegen verlorenen items hab ich nicht Strafe 5 Minuten also wenn man das maximal 10 Minuten, okay ähm, keine Rückerstattung Leute, die wegen PvP rum, heulen, kriegen 5 Minuten nude okay weh du halt rum wo bist du ich bin tot nein, ich bin tot nein, ich bin tot nein, ich will dich sterben wie, gilt mich eben auch nein, ich bin tot shit hm so dicht sind hier ja Endertrun können wir drangehen wo bist du? hier beim Sporn, bei den Endertrun kann ich einfach nicht den trink mal was ja, okay, macht das hier mal ganz Zeit aus das ist schon die dritte Folge, gell? die wir grad aufnehmen ja ja bei 10 Minuten folgen geht das nicht so schlimm dauert es nicht so ewig hm, ist mir schon aufgefallen, dass ich dir Geld weggenommen habe, als ich dich getötet habe nein, ich hab noch genug viel Geld wie vorhin ich habe aber sieben mehr ja, das ist dann ein Kill-Bonus, aber das verliere ich nicht schade ja, das wäre gemein was die ganze Zeit nur, was, zum Beispiel jetzt, ähm, hast so 5 Hater, die ... von Survival Survival ja, okay Survival wo bist du? ich bin auf, ich hab auf das Warp Survival gedrückt ok jetzt bin ich in dem Turm ah, da hi ob ich schlagen zu wollen ich schlag gerne Info in dieser Welt ist Creafen strengnis untersagt ja, überall ist Creafen strengnis untersagt bitte vermeidet große Türme sowie tiefe Löcher lauft weit vom Sporn weg und sucht euch einen Platz zum Bauen falls bei euch etwas zerstört wird, meldet es bei einem ey, cool, das ist ein, also einfach nur, ähm, ganz normale Survival-Welt, wie man es halt, ganz normal im Survival-Mode kennt ja, ich weiß cool, los, wir gehen auch irgendwo hin und bauen was ab wir gehen hier lang go ab zum Haus bauen ja, ich war schon mal auf dem Server, das sieht genauso aus wie hier Gott weiß Schatten diese Türme, los, mach mal kaputt nein, darf man nicht das ist ein Baum das ist ein Baum das ist ein Baum, meiner, die Milch, ähm ich bin Erder ja, ich weiß, wo es zurückgeportet ist ey, das ging nicht oh, ich hab ne Axt, vielleicht muss ich hier mit Axt verbauen ah nö, ich hab keine Promission vielleicht müssen wir da hinten das auf dem Schild drücken doch nicht mehr raus statt zu mir du bist du weg ich töt mich jetzt ich bin irgendwo reingefallen ja, sie ist ja da vermeidet tiefe Löcher da bin ich nicht gelesen oh, ich seh's ja, ich seh das ich hab sogar laut vorgelesen ich komm nicht raus ja, dann tp dich doch zu mir ok hier war kein Schild mit tp verboten except bitte ups, falls das ist komm, wenn ich immer kurz vorgucken, ob da vielleicht ein Schild war mit ähm umstellen auf der Welt oh, hier sind auf jeden Fall Gegnern wo ey, das ist ja schlau, genau beim Spawnhocke Creeper der zerstört aber nicht ich weiß Portal Warps oh ey, hey, hey hätten wir jetzt irgendein, hätten wir jetzt ähm Portal ich glaub, hätten wir jetzt ähm oder ich bin grad nicht sicher ich glaub, wenn wir in dem Portal Gunwort hätten, könnten wir werden jetzt irgendwas heintun oder da wäre jetzt irgendwas drin vorgelesen hier heißt so ein Zombie Mathe das lädt vor grad näher Tamir in Bechtolz wie du liest das unten im Chat ähm, warte ich guck nach, ähm ob das steht nur da steht überhaupt nicht von oh, doch da Dead Player war slain by hey, hey das kann man gar nicht lesen so richtig ok, das kann man kommen lesen, weil das so komisch stoppig geschrieben ist ähm, exit bitte du wirst alle sagen wollen oder hast die noch irgendwo Time Day oh, ich hab ich hab, ist bei dir auch hell ja ich hab einfach nur auf das Time Day Schild gedrückt nee nee